Lord of the Ocean Frügel weiter auf die Kiste ein Das ist wahrscheinlich nur eine deftige Verlängerung, oder? Vorbild Ja, weil sie Bodeschrott Was ein dreckiger Lauf, ey Heftig, ey Oh, das Schlimmste Lauf im Augen Jetzt runter Hammer, ey Er kämpft jetzt hier an meiner Baustelle weiter Nicht zu glauben, geiert hier noch weiter um Da ist immer noch eine leichte Echzung drin Mein Vorbild genügt schon Also unglaublich, dieses Gerät Schmeckt schon wieder hier an meinem Automat ab Zweite Mal Ich kaufe mir immer hier die Kisten ab und schmeck'n weiter ab Das ist Kacken 30 Das ist Kacken 30 Oder Er ist wirklich heftig heute Das ist ein Wechsel bei der Gefühle Er fing erst an und mit Brand und dann auf einmal Ich weiß nicht, und der lacht sich hier kaputt Ich hoffe, wenn man nicht die Kiste hier ab Und macht noch mehr Schmerz hier auf dem Tau Denken an eine Umsatzbeteiligung, weiß wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, dass Sie Francis hier kommen Das sind die Kiste vor Es ist ein Wechsel Und man versucht hier zu. Was das denn? Du, ich kann es nicht. 1 2 3 Ich hoffe es! Oh, schon wieder vier Mal hin, was ist denn los da bei dir? Und? Ja, aber immerhin. Füllt er noch? Ja, also hier. Das ist fertig. Aber ich glaube, jetzt wird er wohl nichts mit dem Bus abgemachen. Komm, mach da die Scheiße, was ist besser? Ah, die Runde wird tot. Ich weiß nicht, weil der Tösefresser ist immer noch drin. Oh, lala. Oh. Mann. Oh, geht weiter an der Küste hier? Ja. Ja, ich bin bei der Frau schon. Ja, ich bin bei der Frau. Ja, ich bin bei der Frau schon. Ja, ich bin bei der Frau schon. Jawohl. Das ist so gut schön. Ich weiß nicht, die Party. Komm. 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 Oh, der Chef ist fremd. Jetzt gibt es Moneten. Guck mal, wie dreckig der grinst. Jawohl. 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 Ich bin wieder am Rennen. Hammer. Guck mal, wie ich. Ich wollte schon sagen, der grinst so dreckig. Boah, ich habe heute 18 Cent bei dir. Hammer. Oh, noch mal ein Arschlacher für den Motor. Guck dir das an. Was ist da an der Tempo? Oh, der grinst schon so dreckig. Ich wundere mich. Ja. Nochmal vier. Alter, was ist hier los? Alter, was ist hier los? Alter, was ist hier los? Mensch. Sag mir nicht, dass das normal ist. Guck. Schönen Tag, Mama. Das habt ihr selbst gesehen. Also, habe ich selber noch nie gesehen oder erlebt. Hammer. Ah, Bücher auf 10 Cent. Das geht weiter. Mhhh. Schmutz schon. Wow. Scheiße. Ja. Ah, das ist ein totes Kalb. Oh. Heute die Kisten schmeißen richtig gut hier. Oh, ach der da schon in der Hand.